In Kürze beginnt das Spiel der FC Bayern gegen den FC Schalke. Ja, erster Spieltag der Bundesliga-Saison 18, äh 19, 20, los geht's in diesem Spiel für die Bayern und los, die Bayern kommen direkt mit Mo Salah, Mohamed Salah, Lewandowski, direkt erste Chance für die Bayern, die Bayern wollen direkt es machen. Die Bayern sind jetzt nicht so mit anderen Spielern in die Saison reingestartet, aber das heißt ja noch nix, ne, oder? Das heißt noch nicht so viel Schießer und fast noch das 1-0 für die Schalker. Falker, Bayerns erstes Heimspiel, Bayerns erstes Bundesliga-Spiel. Teaser. Und Alaba, da muss er mehr machen. Boateng! Das war kein Eigentor gewesen, aber schlecht, weil er den Ball, das, oh, Neuer. Kimmich, Salah, und jetzt geht alles schnell, Müller. Zwei gegen die komplette Abwehr, Mo Salah. Lewandowski, David Luiz, der jetzt für die Schalker auflaufen wird, nicht mehr für Chelsea, sondern jetzt für die Schalker dabei. Isto Thiago! Pfosten! Das ist der FC Bayern. Haben sie gut gemacht. Und Lewandowski, abgefälscht. Kommo! Hummels! Nächste Ecke. Kommo! Kommo! Hovrezka! Hinterbetren. Ja, aber da ist noch Hummels! Und da ist ein Kummer! Und wieder, Eckball. Komor. Wateng! Mo Salah. Lewandowski, 1-0! für die Bayern. Robert Lewandowski. Das ist das Tor. 19. Spielminute. Die Nummer 9 trifft unsere Nummer 9. Lewandowski trifft stark wie er sich da durchsetzt gegen David Luiz und sein erstes Tor. Jawohl. Lewandowski. Tor. Toi, toi, toi. Was waren BothAR press successor? Mohamed Salah, der ist so schnell! Maschenbe noch alltäglich. wie in der letzten Saison, aber Salah passt nicht, Fehlpass von Leon Goretzka, das was die Bayern haben, ist was anderes, und Gullam, Flanke, die Bayern haben sehr gute Spieler, was der Mann verarbeiten kann, Goretzka, Komo, Kingsley, Komo, Mascare, David Louis, was macht David Alava denn? Und Chiesa, Chiesa, Thiago, dass die Schalker so viel Platz lassen, ist unglaublich, David Alois, Manuel Neuer, Alava, David Alava, und da ganz hinten, da war Salah, Ferman, Goretzka, die Bayern haben immer noch den Ball, Goretzka, Latte, nochmal Goretzka, 2-0, Klasse, Eckball, dann Goretzka, und hier nochmal Goretzka, und dann ist das Tor, 41. Jetzt ist die Minute, 2-0. Perotti. Oh, Mohammed, Salah! Salah! Oh, Mohammed, Salah! Es ist doch fast das Tor, fast das 3-0, Halbzeit! 2-0, fast das 3-0 in der 45. Minute von Salah, aber das war schon etwas zu übertrieben, da David Louis gut reagiert bei seinem ersten Ligaspiel in der Bundesliga. Salah! Und Lewandowski, Abseits! Salah! Und jetzt! Und jetzt! Salah! Ferman war das ein ordentlicher Abstoß! Er muss jetzt ordentliche Abstoße machen, weil die Bayern setzen vorne auf alles! 軲ここ aus. Omoth. Das ist mein Psech如 peppiert! Keine ZDon. Derverse der schon. fightersionguterium ist,мыßera Visual ist. Brücken der schon sechs Táte frühstab silber 않을成ه. was ist ich frage ob wir spielen wollen ja können wir machen wie viel geld hast du schon warte stoppkurs ich muss das mithalten und den halte ich sogar ich hatte vorher 130 Euro und jetzt habe ich 120 Euro weil ich mir eine 30er pferd ich hab die Kuschelbaut und 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 ich hab die Kuschelbaut die Kuschelbaut J die Kuschelbaut Und ohne Fronten kann ich mich nicht mehr ausbauen. Ohne Fronten. Jetzt können wir eben. Bis dann. Wieso ist Teilnehmer so schlecht drauf? Keine Ahnung. Ich will den so Partialer hatten und antwortet er voll zickig. Ja, was hat er geschrimmt? Hä? Was hat er geschrimmt? Ich sagte so, willst du mit mir Fortnite spielen? Sagt er, nein, hör auf und fack mich nicht ab. Wie, ich weiß nicht genau, oder was? Muss eigentlich sein. Es wäre ein Stückchen da. Ich könnte mal auch spielen. All die Bayern- Bayern- Geronimo! Nein! Weg mit dem Ding hier. Butz! Okay, da steht keiner. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Vielleicht Rebic letztes Spiel für die Bayern. Da wird er ausgeliehen. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht ist es ein allerletztes Spiel für die Bayern oder auch in der Bundesliga. Die Bayern wollen ihn ja leihen und die Riesenschance für die Schalker. Neuer. 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 Rebic. Rebic. Mein letztes Spiel, das wäre sein letztes Tor gewesen. Neuer. 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 Und das ist halt das Problem, die Bayern haben hier Tempospieler und jetzt hier Leroy Sane, drückt hier auf das Tempo, will hier zu Ante Rebic spielen, gelingt ihm aber nicht, boah, was ein Fallrückzieher Und weiter haben die Bayern den Ball, Gnabry, Serge Gnabry, klasse Pass, Goretzka und Leroy Sane, Rebic, Andrehung und Schuss, aber nicht Tor, Sane, Leroy Sane, macht er klasse, Leroy Sane, Spiel vorbei Spiel ist vorbei Bayern gewinnt dieses Spiel mit einem 2 zu 0 Entschuldigung, muss noch meine Playstation erstatten Wieso? Ja, weil ich irgendwie, hab ich mein Kontroll aber irgendwie leer und ich hab die ganze Zeit so I, 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 da Keine Ahnung, Alter, ich hab mit Colin irgendwie beefy Guck, Colin meint so, mach mal dein Headset richtig, ich hör mich doppelt Ich hör mich doppelt Nein, guck, der kickt mich aus der Party Ich mein so, fick dich, weil er mich gekickt hat Und er meint so, halt mal die Schnauze, ich komm gleich zu dir nach Hause Ich sag, wo wohne ich denn, du, Holzkopf? Man hat ja keine Ahnung Ich werd's trotzdem finden Nö Kann sein, träumen, Alter Der findet mich ja nicht mal Ja, Leute, das war's dann auch mit diesem Video Liked das Video, teilt das Video und ciao